Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Es geht einfach weiter mit Bellegren, der an Pokémon jagt. Muss ich nicht lange auf was zu sagen, denke ich. Ich gehe zum Shaman Dwarf. Hier ist eigentlich immer noch alles gleich. Ja, hab keins. Hier ist wie immer alles voll mit Shaman und die Drift-Zeppelin-Seilbahn. Ich gehe zur sechsten Zwischenlagerlichtung. Warum sch... Also, hä? Das hat mich gerade irgendwie irritiert. Lord Egg ist nicht mitgekommen und jetzt steht er hier unten in der Ecke. Ja. Wir sollen unser Tempo erhöhen. Warum? Warum? Wir haben es so eilig. So. Hier ist ja alles wirklich ewig lang mit seinen zwei oder drei Ebenen. Nervt mich am besten einfach gar nicht. Yay. Und pannt mehrere auch noch Lebensmittel. Und fünf Schaden für beide. Übertreibt doch nicht. Komm. Ich habe ja keinen Bock auf unnötigen Müllstirb. Und wieder mal typisch Aquarelle fixieren. Und jetzt bitte schnell die Treppe finden. Nö. Und ein bisschen Geld mitnehmen schadet nie. Boah, Töte ist doch einfach. Das ist wieder so unnötig. Vor allem muss ich bis zur Spitze, wie man sich eigentlich schon denken kann. Warum gibt es nicht wenigstens an der achten Zwischenlagerlichtung einen Checkpoint. Damit hätte ich mir so viel Müll hier sparen können. Dritte Ebene. So. Wenn es so läuft, dann geht es ja noch. Aber es sind ja schon vier Ebenen. Und Chaos sahen das auch. Alles klar. Hier bewegt es ja gar nicht, dass das Pokémon stirbt. Sondern, dass es sich wegteleportiert. So. Hier ist es. Yay. Spalieren. Fortsetzen. Oh. Friss. 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 Nur Müll hier. Mal wieder. Du kannst sie gleich wegliefern. Dich will keiner. Ähm, ja. Hier. Komm. Zweite Ebene. Ach, der Zwischenlagerpass. Der ist halt so unnötig. Ich will doch einfach nur auf die Spitze. Gott. Aber es ist nicht das Unnötigste, was legendäre Pokémon Fang angeht. Man kann sich wahrscheinlich schon denken, aber ich werde nochmal durch das gesamte verlorene Land rennen dürfen. Hm. Echt geile Sache. Weil ich meine, das ist ja wirklich spannend. Weil man kann einfach nur aus... Man kann einfach nur wählen, entweder ich reise zum verlorenen Land, oder ich lasse es nicht wenigstens irgendwie zum Zeitturm. Oder so'n Scheiß. Ja, Hydro-Pumpe verliert alle AP, schön für dich. Dann gewinnt's jetzt wieder auch, ne? Ja. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt hab. Das weiß ich so oft nicht. Das ist immer der beste Moment, wenn man irgendwas sagt und sich ne... und sich ne Sekunde später denkt, warum hab ich das überhaupt gesagt. Boah, scheiße, wie hab ich den jetzt schon wieder gesprochen. Ich glaub, der war dumm, oder? Oh, er hat das Team Runde hätten. Ich hab von Schäden gehört, dass den Gips letztendlich erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch. Bitte, wie's nie will geht, dem er an der siebten Zwischenlage nicht zu geholfen hat, oder hat sich am nächsten Tag davongeschlichen, dass sie auf meiner Bergwachtpatrouille war. Und dann hat er seine Stärke zurückgewonnen. Ihr braucht sich keine Sorgen mehr zu machen. Und da fällt mir ein, er hat sich zurückgelassen. Ne Wase. Andi, warte, ich denke, es ist ein Stärke seiner Dankbarkeit, ihr sollt ihr es nehmen. Das ist ein Himmelspräsent und da drin ist Zink. Ich weiß nicht, warum ich das nur im Dungeon einnehmen kann, aber hey, doch, ich will weiter. Gut, dann hätten wir Zink erhöht Spezialpartei, und Günther ist hier ein Tank, der kriegt das. Ich bin aus dem Weg. In dem Ninja-Turm hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Boah, schön gemacht, Leute, Ecke. Und ich kann nicht daran vorbei, wirklich. Junge, Leute, Ecke. Endlich. Gott, ist das ein Haufen Scheiße. Also, an den wahrscheinlich einem Zuschauer, ey, Gameszocker, schreibt mal Hashtag, LordEcke ist Scheiße in die Kommentare. Geil. Mehr gucken das Projekt ja nicht. Gott, das ist irgendwie traurig, aber witzig. Kann man sich schon drüber lustig machen. Ich meine, ey, ein Projekt mit einem Zuschauer, das Beste, das es gibt. Vor allem so übel random. Verpiss dich, ich geh hier jetzt diese Treppe runter und tu so als wärst du gar nicht da. Oh, Geheimspüßen. Geheimbasal, damit kann ich meine Slime-Kost wieder normalisieren, glaube ich. Meine Slime-Kost ist nicht wieder normal. Geil. Ich habe das jetzt wegen einem Blend-Samen gemacht. Ja, was hattest du hier? Ah ja, Full-Eel brauche ich nicht. Und ich nehme eine Wundertüte. Ja, ich kaufe eine ganz erstklassige Wundertüte mit einer Silbeere. Geil. Eine nehme ich noch. Alter, ich will ich will eine. Ich will ich will eine. Gut. Dann kaufen. Nun zahm wieder eine ganz erstklassige Wundertüte. ein Ausdauerband, das hat sich ja echt gelohnt. Also, ich muss sagen, ich bin wieder weg. Wieder sehr toll. Boah, verpiss dich mit deiner Eigentlich Tätiger. Keiner mag dich. Ich sagte, wenn ich sage, keiner mag dich, dann verpiss du dich. Und das ist doch unnötig. Alter, stell dich nicht in meinen Weg. Das gilt auch für Samana. Ja, Level 56 für mein 6. 56. Was? Wie zur Hölle levelt der so schnell? Günther ist drei Level drunter. Ich dachte, irgendwie Lord Ecke wäre immer noch wie eigentlich am Anfang normales ein Level drüber. Hallo, mein Name ist und ich lebe auf diesen Berg liebst Geschenke zu verteidigen. Ihr nimm's. Danke. Nimm jetzt präsent mit. Oh, okay, damit hätte ich schon mal ein bisschen was, aber ich guck da vor, und ich guck mal. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Nimm, nächster Level hat 3.000. Na, ich geh das Risiko mal ein. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich genau einen Level dadurch hochkrieg. Günther erreicht Level 54. Was? Vier Werte. Okay. Ich dachte, vielleicht bekommt man dadurch dann einfach so gesetzt, dass man wirklich ach, keine Ahnung, was ich da gedacht. Egal. Egal. Passt an sich schon. Ich mein, war ja sowieso geschenkt. Wie ohne. Also, Leute, ich bin hier schon der Meinung, dass du das schaffen solltest. Danke. Alter, ich hatte das viel schwerer. Ich hab nur direkt, ich musste direkt die Treppe finden und zwei Äpfel haben mir den Weg versperrt. Du hattest nur so einen scheiß Bären. Okay, Himmelsgipfelspitzen, Passding, Enden, Furz, Wurst. Ähm, würde ich ver... Das war ein geiler Move. Ich hab wirklich zu viel Skill in dem Spiel. Man merkt, dass ich inzwischen relativ eingespielt bin, nenn ich's mal auch mit zwei Teilen. Ähm, das sieht man auf jeden Fall gerade Puff-Effekt. Junge, verpiss dich! Ich tritt dir ins Gesicht mit ein bisschen Wasser. Das dauert schon länger, als ich dachte. Ich dachte, nach fünf Minuten wär ich hier durch. Aber okay, ich hab mir auch eingebildet, dass an der achten Zwischenlagerlichtung noch was wäre. Oh, das ist so unnötig, wie hier niemand trifft. Was ist hier los? Eine Ebene noch, dann müsste ich an der Spitze sein. Hallo! Danke. Ich werd nicht schnell aggressiv! Verdammte Scheiße, welches Stück Scheiße hat das jetzt schon wieder behauptet? Ich sag, ich will den so sch... Ich will ihn einfach nur noch schlagen. Aber nicht, weil ich aggressiv bin! Das ist Ruf, Moor! Was hab ich eigentlich schon wieder genommen? Sag mal, kannst du... Da gibt's so'n scheiß Delegator vor mir, wenn... Zack! Das war's! Himmels, Gietzel, Spitzen, Pass, Endwurst... Ist einfach alles hier genauso. Man kann auch noch mal schön in die Aussicht geließen. Da reicht. Mann, ich will es gehen! Dann halt nicht! Kotzen mich nicht ein! Ich bin nett! So, ja, hi, schämen! Und Team Runde Ecken, ich bin froh, dass ihr euch dafür entschneidet, den Berg nochmal zu besteigen. Der Berg ist wirklich was... Ein Berg ist wirklich was anderes, nicht wahr? Hier kannst du all deine Sorgen und Nöte vergessen. Ich weiß nicht warum, aber hier sind alle aufrichtig und offenherzig. Er ist wirklich sonderbar. Wo ich gerade davon spreche, Team Runde Ecken? Wo ist überhaupt Landecke? Egal, ich spreche dich trotzdem nicht mit Günther an, sondern mit Team Runde Ecken. Du bist jetzt eine Mehrzahl aber... Ich habe jetzt schon eine Weile drüber nachgedacht und beim Betrachten dieser Berglandschaft habe ich einen Entschluss gefasst. Du bist scheiße! Aber ich... Na, mit euch den Berg zu besteigen war trotzdem ein unvergessliches Erlebnis. Ähm, obwohl du scheiße bist, kann ich vielleicht trotzdem bei euch mitmachen? Na klar! Boah, wie nenne ich dich jetzt? Hm, also das nicht gerade als Stück Scheiße beleidigt, also muss ich dich jetzt richtig seelisch kaputt machen. Ähm Öhm 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 M Das ist jetzt Geiler Name Ich weiß Wie immer Im Ernst?! Wie kommt man auf so'n Ver- Halt keine Fresse! Ich will diesen Namen nicht. Igli gehört jetzt zum Team. Und ich bin weg. Nach Schelmendorf vor allem. Guter Deutsch. Nach Schelmendorf zurückkehren. Nicht ins Nach. Nach. Ja, hier ist es plötzlich. Stimmt, hier als Stadt. Da passt das. Da passt das. Das war bei einem Nachhalt. Deine Fresse. Ich bin einfach. Essen ist toll. Und warum zur Hölle ist hier jetzt eigentlich der Tag nicht zu Ende? Okay, gerade hier. Dann würde ich sagen, habe ich mal richtig Spaß, Leute. Denn ich gehe einfach nochmal in die Egishöhle. Den tollsten Ort. Den es je gab. Hier war Eis. Geile Sache. Eis-Egishöhle. Denn natürlich muss ich alle Regis auch noch mitnehmen. Da hätte ich das I. Bitte drop den Stein. Danke. Bitte drop nicht dich selber. Du bist fett. Dich will keiner hier. Du hast keine Fanbase. Was zur Hölle ist das unter dem I? Ich brauche nicht noch eins. Weil weder ein Rock noch ein Stil ist. Ein I. Ist das ein Ausrufezeichen? Ja. Gut. Dann hätte ich jetzt gern noch C und E. Nicht I und Fragezeichen. Na, Junge. Wieso will jedes I-Kognito ins T? Das will ich. Das ist ein C. Wenn ich mich alles... Ein C oder ein E. Dann fehlt mir noch C, du bist immer noch ein E. Ja. Ich gehe in die nächste Ebene. Zumindest eins der Regis will ich heute noch. Oder einen will ich heute noch machen. Am besten zwei. Oder am allerbesten alle. Fust, fust. Aber ja, das ist realistisch, dass ich die alle schaffe. Wie dann E. Ich brauche nicht noch mehr E. So, und ich brauche Treffer. Gut. Sag mal. Ich lege mal kurz die Amba-Träne ab. Ansonsten wollen die alle mitkommen. Ich will kein I. Ich will ein C. Hey, warum schlägt die Attacke Fee? Äh. Hey, ich bin verwirrt. Wo bin ich? Ach, hi. Ich bin merkwürdig. Du bist kein C-Stirb. So, ich will jetzt noch ein C, dann... Du bist... Oh, bist du ein C? Was bist du? Ein C! Gut, damit hätte ich A ist. Stimmt. E hätte ich vielleicht doch noch mitnehmen können für Stil. Aber eh nicht. Hier gehe ich jetzt einfach weiter, wenn ich die Treppe finde. Günther pruft den Steinwegweiser. Das kennen wir ja schon alles. Jedenfalls die, die schon seit der Bonus-Story dabei sind. Oder früher. Also niemand... Also niemand... Guck. Äh. Der Steinwegweiser ist verschwunden und hat eine versteckte Treppe freigegeben. Oh mein Gott, der Hype is real. Ich weiß nicht, warum ich gegen so einen Gegner wie Regice save. Hi. Ja. Das wird Anspruchs vor, Leute. Boah geil Reggie, Eis geht ja übelst ab Ich glaube jetzt hat es eine 50% Chance dem Team zu joinen Warte ich guck mal kurz unter Reggie Eis nach was da jetzt genau ist Hallo Ich sag's dir, ich schlag dich, ich schlag euch allen in die Fresse. Ja, eine Rekrutierchance 50%. Geil. Das heißt, nach diesem epischen Kampf, den Reggie Ice mir geliefert hat. Das ist einfach unnötig. Oh nein. Reggie Ice geht ja noch mehr ab als gerade eben. Gott, chill dein Leben. Wie soll ich diesen Kampf gewinnen? Alter, bist du stark. Werd den Kampf aber immer wieder neu machen, vor allem weiß ich nicht wann entschieden wird. Wann legendäre Pokémon hier wie Reggie Ice mitkommen. Und schwer ist der Kampf jetzt ja eh nicht. Hust, hust. Der Torrechter gewährt seiner Laufens. Jetzt müsste er vor mir erscheinen. Sag mal, hab ich jetzt schon wieder so ein verdammtes Pech oder was ist los? Ja, ich weiß. Das Geheimteil hab ich dabei, das braucht man. Dazu nämlich, ich guck grad kurz nach. Was ist das eigentlich? So. Ja, Alter, chill du rein. Gib mir dieses verkackte Fee. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Leut Ecke, mach dich nochmal mit. Du hast es verstanden, Leut Ecke. Ja eben. Warum sollte man den Flammenwurf einsetzen, was er auch umzugt. Oh ja, stimmt. Kann das Ding jetzt überhaupt mitkommen, weil das Ecke es gekühlt hat? Muss ich gucken. Wenn nebenbei am googeln, dann mal im Ernst. Das kann langsam nicht mehr sein. Das kann langsam nicht mehr sein. Es kann einfach nicht sein, dass das Ding einfach nicht will. Ich will das Ding jetzt auf jeden Fall hören. Hier die selbe Szene. Junge, es hat eine 50% Chance, es war kaktisch. Ja, das heißt, ich hatte einfach mal wieder Pech. Übrigens, Fun Fact in Team Dunkelheit könnte man hier auch Mew zu finden. Und ich weiß, dass das ein bisschen, naja, Ice Cream gehört zum Team. Soll das reinzulich. Wie witzig. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und tschau.